Das war eine saftige Rallye am gestrigen Montag. Montag, das ist ja der Wochentag, an dem die Kurse sehr gerne mal auch sehr deutlich nach oben gehen. Das ist gestern passiert, aber manchmal folgt dann ein Turnaround-Dienstag. Kann das heute auch passieren? Sieht ein bisschen zumindest im asiatischen Handel so aus. Da sind nämlich die Indizes negativ. Und auch die Rallye gestern, die hat so ein paar, naja, innere Fragezeichen, möchte ich mal formulieren, die ich Ihnen im Folgenden ein bisschen näher bringen will. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was da passiert ist. Der S&P über 2% mit Gewinnen. Der beste Monat oder der beste Start in einem März seit dem Jahr 2020. Also seit letztem Jahr am ersten Handelstag 2020 im März sind wir auf 4,6% im S&P 500 gestiegen. Dennoch bis Mitte März, respektive 19. und 23. März letzten Jahres ging es überwiegend massiv nach unten. Jedenfalls sehen wir, dass gestern sowohl die Finanzwerte als auch die Tech-Werte über 3% gestiegen sind. Das ist zuletzt im April 2020 passiert. Also immer wieder diese Referenz auf das letzte Jahr. Es ging ziemlich wild zur Sache. Fast alle Sektoren sehr, sehr deutlich im Plus. Vor allem Information Technology, aber auch in die Industriewerte, Finanzwerte, Energie mal wieder, Materials noch am schlechtesten. Vor allem Real Estate, also Immobilienwerte, defensive Werte tendenziell nicht so gut. Aber schauen wir uns mal den S&P 500 an. Da sehen wir hier, das ist ein Chart von Michael Silver, Figuring Out Money. Hier sehen wir große Kerzen. Erst eine große rote Kerze, dann so eine Umkehrkerze und jetzt eine etwas größere grüne Kerze. Aber wir haben jetzt es zumindest beim S&P 500 dem Leitindex geschafft, im Aufwärtstrend zu bleiben. Aber wir sehen, wenn Sie sich da mal den unteren Bereich der oberen Grafik anschauen, sehr dünnes Volumen. Da ist also nicht viel passiert. Der Abverkauf, respektive die Kursschwäche in der letzten Woche unter deutlich größerem Volumina hier passiert. Und vor allem, wenn Sie sich die untere Grafik mal zu Gemüte führen, sehen wir, der Breath war sehr, sehr schlecht. Die Marktbreite war schlecht. Es waren die wenigen Werte, die wieder die Gesamtmärkte so deutlich ins Plus gehievt haben. Und es sind vor allem in die FANG-Aktien zuletzt ja auch Gelder geflossen. Und die waren es, die gestern auch sehr gut performt hatten. Also wir haben eine sehr, sehr schwache Marktbreite angesichts einer solchen Rallye. Das ist normalerweise nicht ein Indiz dafür, dass die Dinge so wirklich stabil sind. Wir sehen auch auf der anderen Seite hier diese 3900er-Marke im S&P 500. Gestern sind wir von unten kommend genau an die herangelaufen, ein bisschen überwunden. Aber letztendlich pendeln wir die ganze Zeit um diese 3900er-Marke, die so eine Anziehungskraft hat. Auch vielleicht für den Optionsbereich. Bald ist ja dann auch wieder Verfall. Da könnte diese Marke eine große, große Rolle spielen. Also es ist ein bisschen choppy, wie man im Englischen sagt. Und das gilt auch für den Dow Jones noch den stärksten der Indizes in den USA. Aber auch hier sehen wir, da sind wir in einer bestimmten Range. Da sind wir gestern mit einem Gap aus dieser Range, oder wir waren aus dieser Range nach unten ausgebrochen, sind mit einem Gap wieder reingekommen. Und jetzt erstmal an dieser oberen Begrenzung dieser Range haben wir uns den Kopf angestoßen. Am schlechtesten, ganz klar, sieht der Nasdaq nach wie vor aus. Wir sind aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen. Und dann jetzt diese grüne Kerze. Aber sehr, sehr schwaches Volumen. Sie sehen es hier unten in der Grafik. Also wenig Conviction, wenig Überzeugung, muss man sagen. Da ist also jetzt nicht der ganz große Bums drin gewesen. Obwohl die Zahlen natürlich sehr, sehr gut aussehen. Aber es scheint nicht das ganz, ganz große Geld gewesen zu sein, das da gekauft hat. Gestern ja Beruhigung, weil eben die Notenbanken, vor allem die Bank of Australia, aber auch die EZB signalisiert hatten, ja wir machen was gegen diese Renditeanstiege. Und wir sehen, dass vor allem US-Aktien sehr stark korreliert sind mit der sogenannten realen Rendite. Also der Staatsanleihenrendite minus Inflation. Und wenn die nach oben geht, wenn wir also steigende realen Renditen haben, dann ist das negativ für Aktien. Das ist der Grund, warum wir in der letzten Woche ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Denn die realen Renditen sind gestiegen. Wenn die Renditen steigen, die realen Renditen steigen, dann hat das auch Auswirkungen eben auf die Gewinne der US-Unternehmen. Das verschlechtert sie tendenziell. Und wir sehen, dass durch diese steigenden Renditen und die steigenden realen Renditen auch die Financial Conditions sich ein bisschen tighter gestaltet haben. Also ein bisschen weniger Lachs. Wir sehen, dass zum Beispiel die Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen nach oben gegangen sind etc. Da sehen wir also, dass das durchaus Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Aber letzte Woche, da ist nochmal richtig viel Geld in die Märkte geflossen. Respektive im gesamten Februar hier in ETFs 86 Milliarden Dollar. So viel wie noch nie. Da ist also einiges passiert. Da sind einige, die wollen dann nochmal auf den Zug aufspringen. Aber eben dieser Anstieg der Renditen, der macht Anleihen tendenziell wieder zur Konkurrenz für die Aktienmärkte. Wir sehen, die Dividendenrendite des S&P 500 ist jetzt nicht mehr höher als die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Wir hatten gestern ja diese Rallye. Aber erstaunlicherweise, die Rohstoffe haben da nicht mitgemacht. Die sind sogar unter Druck gekommen. Die sind gestern noch mit einem negativen Ergebnis aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Erstaunlich, denn normalerweise ist ja dieser Reflations-Trade bullisch für die Rohstoffe. Wir sehen das gleichwohl. Die Inflationserwartungen weiter steigen. Hier die 5-Year, 5-Year-Break-Even-Rates. Also die erwartete Inflation in 5 Jahren, 2,43%. Da gab es also keinen Rücksetzer. Und wir sehen insgesamt die Daten gestern, vor allem aus dem ISM-Index. Die haben ja eigentlich diesen Sorgen vor steigender Inflation, damit steigender Notwendigkeit für die Notenbanken. Vielleicht den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, vielleicht sogar auf die Bremse zu treten. Nicht gerade entkräftigt. Hier sehen wir ISM Manufacturing, die Prices and Delivery Times. Die Preise 86,50 ist die Schwelle zwischen Steigerung und Schmälerung. 86 ein extrem hoher Wert, so viel wie seit 2004. Nicht mehr auch die Delivery Times, also die Lieferzeiten, sind deutlich nach oben gegangen. Things are now out of control. Everything is a mess. And we are seeing wide-scale shortages. Alles gerät außer Kontrolle. Wir haben Mangel an allem. Wir bekommen bestimmte Produkte nicht, bestimmte Rohstoffe nicht. Die Äußerungen vieler, die sich da geäußert haben, im ISM-Index. Und wenn wir uns den nochmal anschauen, hier die Price is Paid. Und das vergleichen mit der CPI, also mit der Verbraucherpreisinflation in den USA. Da sehen wir, das ist meistens ein Vorläufer dessen. Das heißt, wir können erwarten, dass die US-Verbraucherpreise demnächst nochmal massiv nach oben gehen. Und hier nochmal ein paar Aussagen dieser ISM-Befragten, also von seinem Einkaufsmanager-Index. Alles ist out of control, hat der eine schon gesagt. Der andere sagt, ja, unsere Lieferketten sind leer. Wir haben extrem lange Lieferzeiten. Andere sagen, aus dem Stahlsektor, die Stahlpreise sind massiv gestiegen. Andere sagen, aus Food Beverage und Tobacco-Products, wir sind nur unter großen Schwierigkeiten in der Lage, überhaupt die Produktion aufrecht zu erhalten, weil uns teilweise Teile fehlen. Andere sagen, wir sind dabei, hier mit diesen steigenden Kosten im Schiffbereich, im Transportbereich zu kämpfen. Andere sagen, prices are rising so rapidly, that many are wondering if the situation is sustainable. Die Preise steigen so schnell, dass manche sich fragen, wie kann das weitergehen? Kann das so weitergehen? Also da ist bei denjenigen, die direkt an der Quelle sitzen, ist schon eine gewisse Sorge erkennbar, auch im Transportsektor, eben gerade was die Containerschiffbarkeit betrifft. Und da haben sich die Preise ja mehr als vervierfacht im letzten Jahr für Containerverschiffungen von China in die USA. Empty Containers cannot get back to Hongkong. Also man kriegt die leeren Container nicht weg. Und wir sehen hier zum Beispiel vor dem Hafen von Los Angeles, da sind mehr als 30 Schiffe, die warten auf ihre Abfertigung, weil eben auch die Häfen teilweise aufgrund von Corona nicht hinterherkommen, nicht so auf vollen Touren laufen können. Also das ist durchaus ein Thema, was uns jetzt noch beschäftigen wird. Und da sagen manche, naja, das ist überraschend, dass die Policymakers, also die FED-Mitglieder, die Notenbanker insgesamt, glauben, sie könnten das mit ihren Modellen alles schon beherrschen. Und das ist gefährlich. Also möglicherweise unterliegen die Notenbanken hier einer Illusion, einer Kontrolle für eine Geschichte, die sie nicht kontrollieren können. Das ist so ein bisschen die Sorge am Markt. Die Nervosität am Markt war ja auch, weil sich der Markt gesagt hat, die Wirtschaft, die läuft heiß. Die EZB, respektive die FED, muss dann vor allem ihr Quantitative Easing zurückfahren. Also man wettet ein Stück weit darauf, dass die Märkte wieder jetzt in der Lage sind, die FED an die Hand zu nehmen und zu sagen, nee, hier geht's lang. Die FED ist ja meistens so ein bisschen blind, muss man sagen. Wir erhöhen die Zinsen. Der Markt sagte, nein, ihr werdet die Zinsen nicht erhöhen. Der Markt hatte recht, meistens hat der Markt recht und jetzt ist der Markt sozusagen wieder dabei, gegen die FED zu wetten. Und deswegen glaube ich, dass wir einen weiteren Anstieg perspektivisch der Renditen für Staatsanleihen sehen werden. Und das könnte dann eben auch wieder die Aktienmärkte, vor allem die Tech-Werte belasten. Schauen wir uns heute die Daten mal an zur Inflation aus der Eurozone für den Februar. Wir hatten gestern schon hier Daten aus Deutschland, 1,3% im Februar gestiegen. Also da geht die Inflation wieder deutlich nach oben. Heute kommen die Verbraucherpreise um 11 Uhr bei Finanzmarktwelt.de, by the way, aus der Eurozone. Plus 0,9% auch heute erwartet, nachdem es im Januar schon 0,9% nach oben gegangen ist. Aber da ist eine Überraschung nach oben möglich. Und abschließend, ich hatte vorhin gesagt, dass die chinesischen Aktienmärkte, respektive die asiatischen Aktienmärkte, unter Druck sind. Und das hängt auch damit zusammen, dass Guo, der Financial Market Regulator, also praktisch von der Finanzaufsicht in China, gesagt hat, Ja, wir sehen einige Blasen bei uns am Immobilienmarkt und da müssen wir aufpassen. Wir müssen mal ein bisschen die Leverage reduzieren, also die Hebelung mit anderen Worten. Er sagt hier, wir müssen ein bisschen Geld aus dem System nehmen, damit das nicht zu heiß läuft. Das heißt, hier wird Liquidität entzogen, tendenziell. Und wir sehen, dass der chinesische Kreditimpuls zuletzt ohnehin schon rückläufig war. Und Prognosen gehen davon aus, dass er weiter rückläufig sein wird. Das wäre dann eine deflationäre Geschichte. Die Chinesen gehen also schon ein bisschen auf die Bremse, während die Amerikaner mit Stimulus, mit Fette, Druckte, weiter nach wie vor so tut, als würde nichts passieren. Denn das ist jetzt die entscheidende Frage, wie werden die Märkte weiter reagieren? Wird es heute diesen Turnaround geben nach dem bullischen Montag? Wäre nicht so fürchterlich erstaunlich. Wir waren im Nasdaq beispielsweise sehr stark überverkauft. Das ist jetzt vorbei durch diesen gestrigen Anstieg. Aber es ist nicht klar, wohin die Märkte gehen. Also wir haben jetzt auch nicht ein klar bullisches Bild, selbst nach dem gestrigen Anstieg nicht. Dementsprechend ist zu erwarten, es bleibt choppy, es bleibt unruhig. Es geht rauf, es geht runter, aber es gibt zunächst mal keine klare Richtung. So, meine Vermutung zumindest ist diese Rallye gestern jetzt nicht der Auftakt aus meiner Sicht für eine weitere massive Rallye nach oben. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Jetzt wünsche ich erstmal guten Start in diesen Dienstag und sage Servus und Ciao!